Künftig wird es neben Automobilen von Audi und Lamborghini, also auch die sportlichen Ducati Motorräder in unserem Unternehmen geben. Für mich persönlich stellt dieser Schritt einen ganz besonderen Moment dar, denn ich bin überzeugt, dass wir damit eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt treffen. Ducati passt eben perfekt zu Audi. Und auch in puncto Technik sprechen wir die gleiche Sprache. Ducati ist eine italienische Traditionsmarke der absoluten Premiumklasse. Und wie Audi ist auch Ducati sehr stark im Motorsport engagiert. Dabei stehen Technik und Innovationsgeist immer im Mittelpunkt. Das gilt für den Leichtbau genauso wie für den Bereich der Motoren. Beide Häuser sind stolz auf ihren technologischen Vorsprung und ergänzen sich ganz bestimmt hervorragend.